Wo zum Teufel ist das Telefon? Hallo? Hallo! Hey, sag mir, wieso ich hier bin. Zieh mich an. Nein, meine Leiche! Nun wurde Donnerhorn von uns Leiche gefunden. Der Hauptverdächtige ist Joseph DeSette. Der Ex-Mann des Opfers und Vater des überlebenden Kindes. Lass mich hier allein. Dein Vater ist seit 20 Jahren verschwunden. Wenn ich ihn irgendwie herbringen könnte, denkst du, du könntest ihm vergeben? Ich könnte es versuchen. Was ist mit ihm passiert? Er ist letzte Nacht hier aufgetaucht. Ich brauche deine Hilfe, Jackie. Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Wer bist du? Wenn du versuchst, deine Tochter zu finden und deinen Namen reinzuwaschen, kann ich dir helfen. Wenn du deine Tochter lebend wiedersehen willst, beantworte zwei Fragen. Erstens, warum habe ich dich 20 Jahre lang eingesperrt? Und zweitens, warum habe ich dich gehen lassen? Ich will nicht, dass du gehst. Ich habe keine Wahl. Wer du auch bist. Ich werde dich finden. Ich arbeite hier nur alles klar. Shit, denk doch mal drüber nach, was du hier tust. Ich habe die letzten 20 Jahre drüber nachgedacht. Behört uns? Dann nimm es mir, wenn du kannst. Dann nimm es mir, wenn du dich drüber nachgedacht hast. Dann nimm es mir, wenn du dich vorst. Dann nimm es mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017